Musik Bei der Neukonzeptionierung vom Mozart-Sommer, der jetzt Mannheimer Sommer heißt, haben wir überlegt, wie kann man tatsächlich noch über die einzelnen Aufführungen hinaus Wirkung, aber auch Nachhaltigkeit erreichen und wir hatten dann die Idee zu einem Regiewettbewerb. Den haben wir international ausgeschrieben. Musik Don Giovanni ist sicherlich einerseits zu Ende interpretiert, denkt man. Alle Fragen sind gestellt, auch wenn nicht alle beantwortet sind. Aber sich darin als junger Regisseur oder Regisseurin zu erweisen, das erschien uns, wie gesagt, aller Mühen unsererseits auch wert. Musik Man sieht ja Don Giovanni immer als tragische Figur, als Grenzüberschreiter, der in der Schwärze der Nacht die furchtbarsten Dinge macht. Und dass man jetzt nicht sagt, Herr Weinstein ist jetzt Thema der Oper, sondern frech und auch so unvoreingenommen. Also einer Diskussion gegenüber, die natürlich nicht obsolet wird, sondern die man mitdenken kann. Musik Aber es ist nicht nur der Blick in die schwarze Seele, sondern in die schrille und in die anarchische Seele auch. Musik 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 Why he behaves like that? Why Don Giovanni is Don Giovanni? A lot was told by Carl Jung about Don Giovanni, that it's a man who is always searching for a mother in every woman. And at the same time he's searching for a mother and he's making his revenge. The first question was to create a new reality for Don Giovanni, like his imagination, the reality where he feels himself safe. And all women are a bit exaggerated. He avoids to look inside, to see, to feel the soul, to see inside the personality. This exaggerated set design helps him to survive. Sometimes we don't know our passion, our real passion for the life. And I think that the most important thing is to listen to our self more intensive and to do what we really want during all our life. And I think that the most important thing is to do is to learn how true life. And I think that the most important thing is to listen to our life. Vielen Dank.